Musik Was geht verbannt? Herzlich willkommen zu einem weiteren wunderbaren neuen Video. Heute zusammen mit meinem kleinen BB-9. BB-9 ist mit mir hier am Start, denn wir beide sind große Fans von... BB-9 von was? Von Star Wars, ne? Oder? Wir beide sind große Fans von Star Wars und deswegen machen wir heute was ganz Besonderes. Ihr seht es höchstwahrscheinlich schon im Titel. Es gibt zur dunklen Seite gibt es immer wieder auch eine gute Seite. Und deswegen habe ich mir jetzt die Zeit genommen und habe mir ein BB-8 bestellt, um heute ein für alle Mal die gute gegen die schlechte Seite oder die böse gegen die dunkle Seite. Oder das ist komplett falsch gewesen. Die gute gegen die schlechte Seite. Einmal ein Rennen fahren zu lassen und zwar ein Rennen zwischen BB-8 und BB-9. Beide von Svero habe ich mir gegönnt. Hier kein Placement habe ich mir selber gekauft. Wir ballern heute ein kleines Rennen. Wird vielleicht nicht das letzte sein, wenn es euch gefällt. Könnt ihr jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben. Rewi kommt rüber. Ich packe mal den kleinen Fratz hier aus. Ich denke mal Rewi ist auf jeden Fall BB-9, weil das ist halt ein böser Typ. Aber ich möchte auf jeden Fall BB-8 sein. Einmal hoch. Der Gerät. Für den Anfang so ein bisschen so eine raue, sieht aus wie so eine nachgebildete Metallplatte. Dann machen wir einmal den hier. App-Enable-Droid Legal Guide haben wir dann einmal noch da drunter liegen. Dann wird jetzt hier eine Platte aufgezogen und darunter ist das Schätzchen. Das ist wahrscheinlich wie immer. Ah, hier ist er schon. Man sieht ihn hier. Ich hole den jetzt schon raus, weil also Rewi ist ja auch noch nicht da. Fragt ihr euch jetzt sicherlich. Weil der natürlich auch laden muss. Und dann hat man beide nebeneinander. Das ist so cool, Mann. Okay, gut. Das ist wieder die Ladestation. Und dann hänge ich den jetzt auch mal ins Ladegerät. Und dann sind wir uns gleich wieder mit Rewi, wenn das kleine Rennen losgeht. Hier einmal durchs Ufo. Ich freue mich voll. Guck mal, Leute. Der ist so richtig am Hochfahren gerade. Der hat sich so richtig krass bewegt. Ach nee, da kommt es nochmal. Guck mal, er sieht den sogar. Da kommt schon der erste Blickkontakt. Alter, der leuchtet auch in so ganz verschiedenen Farben. Der BB-8 hat einfach nur hier unten so dieses kleine Ladeding und guckt einen dann böse an. Und er ist einfach so komplette Disco-Kugel. Na, du kleine Mann oder Gegenstand. Guten Tag. Guck mal, ich habe links auch. Den kann man echt nicht laden lassen, wenn man da entspannt in meinem Zimmer schlafen möchte. Da ist der schon nicht so eine Disco-Kugel gegen. So, er hier ist ein bisschen unentspannter auf jeden Fall. Stell dir mal vor, du liegst abends im Zimmer und dann geht das hier richtig los. Sehr gut. Lass mal laden. Bis gleich. Hi. Ich bin jetzt hier mit Revi. Sperma-Wand-Rolle. Danke, reicht. Nicht, nicht. Bei dir, bei dir bitte. Oh, oh, ne Menge. Oh, 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 war ja ganz viele kleine Spermas. Wie nimmst du auf, Alter? Was ist mit deinen Schultern passiert? Guck mal, er steht so da. Ich bin Bibi, äh, Bibi-8. Ich bin Bibi. Ich bin Bibi. Ich bin Bibi. Ich bin der hier, der kleine Fratz. Und ich bin der geile Schatz. Du bist der geile Schatz. Komm, wir gehen schon mal in den Flur, dann zeig ich euch mal die Strecke. Das Rennen des Jahrtausen. Oh, das hat mir einen Schock gegeben. Das stimmt gar nicht. Doch. Das stimmt nicht. Das ist wie ein Fitchespinner. Genau. Also beschwerend kann man sich da eher weniger. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, ne? Bitte nicht kaputt machen. War das teuer? Ja. Wo ist denn jetzt? Thomas, komm. Ich glaube, er ist. Also. Äh. Ähm. Es ist ja nicht mal, also ein Magnet kann ja nicht kaputt gehen. Ja. Gut. Kurzer, kurzer Panikmoment. Alles gut, Bibi. Wir fahren in der Küche ab. Dann fahren wir hier durch. Machen eine Linkskurve. Ja, komm, wir fahren das aber zusammen. Nein, ernst. Wir fahren hier. Hier fahren wir eine, hier fahren wir eine, hier fahren wir eine, hier fahren wir eine, hier fahren wir eine Rechtskurve durch. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten bei denen ist. Boah, stinkt das hier nach Müll. Bibi. So, Bibi ist nicht am Start. Bibi, jetzt komm. Alter. Okay. Boah, da stinkt dieser Müll noch scheiße, Alter. Wie ist mein Handy richtig rum? Ich weiß auch nicht. Wir fahren jetzt hier lang. Und dann unter der Leiter durch, die Rechtskurve. Unter der Leiter. Unter. Der fährt da immer in eine andere Richtung. Komm schon. Mann. Mann. Wir fahren unter der Leiter durch. Wir sind das getrunken, der Kleine. Und dann hinter dem Rad hier lang. Sehe ich, hinter dem Rad hier lang? Das habe ich gerade schon gemacht, ja. Hinter dem Rad hier lang, da unter durch. Unter dem Tisch einfach durch, weil sonst schaffen wir eh nichts. Das ist echt unmöglich, da hinten durch zu fahren. Und dann hier und dann einmal um die Geschichte hier rum. Oh Gott, okay, ja. Komm zurück. Leon, das bezahlst du. Ich brauche keinen Kopf. Hab ihr gesehen, ne? Einmal hier rum, den Bogen, wieder unter der Leiter durch. Das hat gerade eben schon gut funktioniert. Dieses Mal. Das ist ein Kopf. Keiner, ich brauche einen Kopf. Revi, du brauchst einen Kopf. Auf links. Eine Kugel. Warum bist du eine Kugel? Okay, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, los. Okay. Okay, ich habe die richtige Richtung zum Glück. Ich. Okay. 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 Ah, Führung. Führung. No problemo. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung jetzt. Ich habe mich gedreht. Das ist richtig gut. Du musst links durch die Leiter unter der Leiter durch. Oh. Was ich mir gleich beim ersten Mal durchkomme. Oh, es war da rum. Komm schon, komm schon, komm schon. Fahr lang, fahr lang, fahr lang. Pass auf, pass auf, verplatz. Verplatz, er kommt durch. Ich fahr, glaube ich, in die komplett falsche Richtung. Hä? Wie muss ich fahren? Ich verstehe es nicht. Komm schon. Komm schon. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Nein! Komm, 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 faul, ball, danke. Komm, komm. Jetzt. Okay, jetzt wieder orientiert. Okay, perfekt. Unterm Tisch durch. Das ist free. Unterm Tisch durch. Das Ding macht, was es will. Das stimmt nicht. Viminator, hör auf damit. Jule, ich war stopp. Freddy. Freddy, es hat einen Anfall. Ich kann gar nicht über den Tisch. Es hat einen Anfall. Ich bin, glaube, irgendwie unter die Schuhe. Ich weiß es nicht. Wo bin ich da? Weißt du, was du... Es hat einen Anfall. Guck mal, ich kann... Es hat... Da ist es dreht nur durch seinen Kopf. Guck. Du musst ums Brat noch rum. Ich muss jetzt hier lang. Ich schaff das nicht. Ich gucke mir das einfach mal entspannt an, was du gemacht hast. Okay, warte. Ich gebe dir den Vorsprung. Ich gebe dir den Vorsprung einfach. Ja, okay. Das ist ein Rennen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich schweige, als du auch bist. Was machst du denn? Ich steuere das nicht. Ich steuere, was ganz anderes ist. Ich schwöre es dir. Egal. Erste 2.3 Fische. Gewonnen. Du musst doch hier oben waren. Ich war jetzt im perfekten Kurs hier. Gönn dir. Jo. Ich habe meinen Kopf verloren. Da runter. Ach, komm jetzt. Ey, die konnten die Kontrolle super gespielt. Was tust du? Warum? Jetzt gebe ich. Ist dein Ernst? Gib mir einen kleinen Bibi Aten. Bremi. Wo bin ich jetzt? Wo ist der Kopf von dem eigentlich? Ohne Kopf ist wie... Kannst du mal... Bremi, kannst du vielleicht... Nein, jetzt nicht! Okay. So. Einmal Aten ohne Mist. Ich bin hier schon 8 Mal rumgefahren. Was ist das für ein Rennen, Alter? Okay. Perfekt. So. Oh Gott, Entschuldigung. Sorry. Ah, jetzt durch die Leiter. Genau, so wie ich für Kleine. Oh, oh, okay. Okay. So, perfekt. Das ist jetzt mein Ziel. Meine Zieleinfahrt. Was machst du denn eigentlich mit deinem Ball? Ich weiß nicht. Wo ist eigentlich der Kopf davon? Alles gut. Wo ist der? Alles gut. Sag mir, wo der Kopf ist. Das sehe ich nicht, wo der Kopf ist, wenn der Kopf nicht dran ist. Ey, wie funktioniert das denn? Gar nichts. Du bist ein unfairer Sportsmann. Ey, wie du bist so un... Ey, trittst meine auf. Gewonnen. Mit Kopf. Ne. Hallo, ich brauche dich zu drehen. Nein. Hallo. Los. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Jungs, Freddy, jetzt, aber noch mal ehrlich. Dieses Ding ist unsteuerbar. Izzy hat keine Zeit gehabt. Ich möchte mich im Namen aller entschuldigen. Ey, guck mal, wie er aussieht. Guck mal, was mit ihm passiert. Kann ich durch meine Hose fahren? Mal die Kamera aus. Oh, oh, oh. Oh, ja, das sind die Sounds nicht hören, Alter. Ja, Freddy. Ja. Geile Zeit, ne, hier. Ist dein Cock. Danke dir. Ne, es ist aber wirklich schwer zu steuern. Muss man mit zum Schauen. Das ist tatsächlich schwer zu steuern. Danke, dass du dabei warst. Ich habe auch gewonnen. Du hast definitiv nicht gewonnen. Mit wem soll ich das mal machen, Leute? Anständig. Wir brauchen auch noch ein R2-D2. Mit mir zuwein. Liebes Sphero-Team, wir würden natürlich gerne ein R2-D2. Vier Stück. Und den Bösen R2-D2 nehmen. 400. Für uns alle. Finde ich gut. Dann machen wir Staffellauf hier im Büro. Freddy, du bist... Gib mir mal den Kopf abbeißen. Einmal abbeißen. Guck mal, auf dem Boden hier war das gerade, ne? Einmal abbeißen den Kopf. Guckst du erst mal... Da war Staub drin. Baa, Alter. Sagt der nicht sogar Müll? Ja. Urlaub bald. Wenn es euch gefallen lassen, dann auch noch rum. Schreibt mir gerne mal einen kleinen Racetrack, den wir damit machen sollen. Schaut bei Rewi vorbei und... Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Danke, Leon, fürs Filmen, ne? Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.